Wieso sehen wir eigentlich anders aus als unsere Geschwister? Warum werden Frauen im Alter unfruchtbarer und wieso müssen unsere Chromosomen bei der Fortpflanzung brechen? Diesen und weiteren Fragen werden wir in dieser Podcast-Folge nachgehen. Herzlich willkommen zu Auf den Grund gegangen, dem Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Mein Name ist Viola Brand. Und ich bin Sophia Jans. Und zusammen sprechen wir mit WissenschaftlerInnen unserer Max-Planck-Institute über ihre Forschung. Heute sprechen wir mit Dr. John Weir über Vererbung. John Weir ist Forschungsgruppenleiter am Friedrich-Mischer-Laboratorium in Tübingen. Hallo John, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Hallo. Wenn ein DNA-Strang bricht, das klingt ja erstmal ziemlich katastrophal. Ist das das auch? Ja, also für die Cell, das ist dann schon ein Problem. Also ein DNA-Bruch ist normalerweise schon sehr schnell repariert. Der Cell versucht sich dann zu schützen von alles, was der DNA beschädigt. Ob es dann so ein Bruch ist oder ob es dann so eine Bar ist, das dann ausgetauscht ist. Das ist schon nicht unbedingt katastrophal, aber schon schädlich. Damit sind wir schon mitten im Thema. Die DNA besteht aus zwei komplementären Strängen und wenn beide Stränge an der gleichen Stelle brechen, dann nennt man das einen DNA-Doppelstrangbruch. Das klingt erstmal ziemlich schädlich. Aber das Faszinierende ist, dass diese Schäden am Erbgut für uns eigentlich gut und sogar nützlich sind. Genau, also das ist schon eigentlich nicht nur nützlich, sondern absolut notwendig. Für eigentlich das Weiterführen, das ganze eukarotisches Leben, die sind alle abhängig eigentlich von DNA-Doppelstrangbrüchen. Und eigentlich wären die Miose, die nützen dann diese DNA-Doppelstrangbrüche, um ihre Miose erfolgreich zu machen. Meiose, das kommt mir aus der Schule noch bekannt vor. Ihr erinnert euch bestimmt, dass der Ablauf der Meiose ganz schön kompliziert war. Aber ich kann euch beruhigen. Für das Verständnis dieser Podcast-Folge kann uns der genaue Ablauf egal sein. In dieser Folge interessiert uns nur, warum und wie die DNA bei der Meiose bricht. Dafür ist es nur wichtig zu wissen, dass die Meiose abläuft, um Spermien und Eizellen zu produzieren und wir uns dann damit fortpflanzen können. Wie das funktioniert, erklärt uns John. Wir kommen von der Fusion einer Eizelle und einer Spermzelle, dass wir so weiter leben können. Wir erben nicht das komplette Genom von unseren Eltern, sondern wir erben ein Teil. Also wir kriegen die Hälfte von unserem Genom, von unserer DNA, von unserer Mama und die andere Hälfte von unserem Papa. Das ist mega wichtig, denn würden wir von beiden Elternteilen einen kompletten Chromosomensatz bekommen, dann würde sich unser Erbgut von Generation zu Generation verdoppeln. Dass das nicht passiert, benötigt es zwei Schritte. Unser Genom wird kopiert, dass wir haben dann so zwei von jeder Chromosom, jeder Teil von unserem Genom. Und damit jedes Spermium bzw. jede Eizelle die richtige Anzahl an Chromosomen erhält, ist die korrekte Verteilung so wichtig, denn eine Zelle spaltet sich im Ende in vier Keimzellen. Also noch mal zusammengefasst. Erst verdoppelt sich das Genom und dann teilt es sich sukzessive auf vier Zellen auf. So, damit ist nun aber Schluss mit dem ganzen Schulstoff und zurück zu Johns eigentlicher Forschung. Die Miose hat ein besonderes Problem oder eine Herausforderung und das ist, jetzt stellen wir vor, wir also machen Miose und wir würden dann gerne verteilen, die beide Kopien, also von jedem Chromosom, wir haben zwei Kopien, okay, in einer normalen Zelle. Wir haben ein Chromosom von Mama und eins von Papa. Und wir werden gerne die weiter verteilen durch unsere Keimzellen. Und das heißt, die Chromosomen, eine von Mama, eine von Papa, okay, jetzt reden wir zum Beispiel über X und Y. Okay, ich habe ein X-Chromosom von meiner Mama und ein Y-Chromosom von meinem Papa. Okay, und ich dann würde die gerne weiter verteilen. Aber die sind überhaupt nicht normalerweise miteinander verknüpft oder verbunden. Die haben eigentlich miteinander in der Zelle nichts zu tun. In der Miose, die müssen dann, wir müssen mal gucken, dass in der Miose, dass jede Keimzelle kriegt entweder ein X- oder ein Y-Chromosom. Und das heißt, zum Beispiel hier mit X und Y, wir müssen die miteinander verknüpfen. Was passiert denn zum Beispiel, wenn das schief geht? Das passiert doch sicher auch, dass es mal eine Keimzelle mit XY gibt oder... Genau, genau. Also dann, wenn wir reden von einer genetischen Krankheit, also sehr oft ist die falsche Vererbung oder die falsche Anzahl von Chromosomen, das ist, wenn es weiter geht, also das heißt, wenn so ein Embryo entsteht, entweder von der Mama oder vom Papa, die falsche Anzahl von Chromosomen hat, ist es oft tödlich, sofort tödlich für das Embryo. Und das ist eigentlich eine Ursache bei vielen Fehlgeburten. Aber das gibt es auch natürlich, man kann auch mit manchen solchen Krankheiten, man kann auch damit leben. Zum Beispiel mit Trisomie 21, da kann man ein sehr gutes Leben leben. Natürlich mit Symptomen, aber das ist, weil Chromosom 21 ein relativ kleines Chromosom ist, das heißt, dass das Mensch kann damit gut leben. Aber mit anderen Trisomien zum Beispiel, die sind oft tödlich und ist oft eine Herausforderung, wenn wir reden von Früchtbarkeit von wir Menschen, das ist oft eine Herausforderung in der Früchtbarkeit, vor allem wenn man älter wird. Dann ist dann die Miose nicht so erfolgreich oder macht mehr Fehler. Und deswegen, wenn man älter wird, ist die Früchtbarkeit, langsam wird man Probleme haben. Das fasse ich noch einmal zusammen. Das Problem bei der Miose ist oft, dass sich die Chromosomen nicht richtig auf die Tochterzellen aufteilen. Wenn das passiert, dann sind manche Chromosomen eben mehrfach oder auch gar nicht in einer Tochterzelle enthalten. Das führt dann wiederum dazu, dass dieses neue Lebewesen meistens gar nicht überleben kann. Bevor wir uns aber den Aufteilungsmechanismus bei der Meiose genauer anschauen, betrachten wir erst einmal, wie es bei der Mitose abläuft. Mitose ist eine andere Art von Zellteilung und findet überall in unserem Körper statt, wenn beispielsweise neues Gewebe wächst. Bei der Mitose verdoppelt eine Zelle ihr Erbgut und teilt es dann in zwei identische Zellen. Aber woher weiß denn die Zelle, wie sie die Chromosomen bei der Mitose aufteilen muss, sodass dann nachher in jeder Zelle das Gleiche drin ist? Der Mitose hat eigentlich so ein relativ einfacher Mechanismus. Und das ist, dass alles, was dann muss verteilt werden, ist dann zusammen verbunden. Und so, wir stellen das vor, wenn das DNA neu hergestellt ist, das Kopie ist sofort verbunden mit dem Regionalteil von das Chromosomen. Und das ist dann so durch eine Ring von einer Ringe, wir nennen das Kohisen. Und diese Ringe von Kohisen, die fangen beide Chromosomen an. Und die warten, die sind zusammen verbunden, okay, und dann bis der Zell bereit ist, das zu verteilen. Kohisen als ringförmiger Proteinkomplex hält also die einzelnen Chromosomen zusammen und richtet sie auch räumlich in der Zelle aus. Das hat zum Ziel, dass die Chromosomen bei der Zellteilung korrekt voneinander getrennt werden. So funktioniert das also bei der Mitose. Aber wie läuft die Verteilung nun bei der Meiose ab? Wie genau funktioniert das? Wie macht die Zelle das? Ja, genau. Und jetzt kommen wir zurück zu deiner ersten Frage mit der DNA-Brüche. Und was passiert dann? Und du hast gesagt, dass ja, normalerweise ist es schädlich. Das ist richtig. Aber um diese Chromosomen, wir nennen die so Homologen, die Chromosomen, wir haben eine von Mama und eine von Papa geerbt. Und die sind ähnlich, aber die sind nicht gleich. Also deswegen sind wir eine Mischung von unseren Eltern, weil wir haben jeweils eine Kopie. Die sind ähnlich und das heißt, die haben eine ähnliche DNA-Sequenz. Okay? Also zum Beispiel auf dem einen Chromosom steht John hat blaue Augen, auf dem anderen steht John hat braune Augen. Eins davon setzt sich halt durch, aber beide haben ähnliche Informationen, die für Ähnliches zuständig sind. Ganz, ganz genau. Ganz genau, ja. Und das heißt, durch diese Ähnlichkeit kann die zwei Chromosomen zusammen verknüpft werden. Und das, was der Zell dann macht, um Keimzelle zu entstehen, wird ein DNA-Doppelstrangbruch gemacht, in ein Kopie. Und dann, das wird repariert und nutzt dann das Homolog als so eine Zemplar. Als dann so eine Schablone. Als dann so eine Schablone, genau. Als eine Schablone, um die Reparatur zu machen. Vereinfacht gesagt, kann durch einen DNA-Doppelstrangbruch die Zelle erkennen, welche Chromosomen später in unterschiedliche Zellen getrennt werden müssen. Und je nachdem, wie das Reparatur weitergeht, was kann passieren oder was muss passieren, ist, dass die zwei Homologen müssen ihre DNA-Stränder tauschen. Okay? Und was es heißt im Endeffekt, ist durch die Miose, wir kriegen neue genetische Kombinationen. Und um deine Beispiele zu nutzen mit Augenfarbe oder mit Haarefarbe, was es heißt, ist, dass die Kombinationen von Augen- und Haarefarbe, die vielleicht sitzen dann auf zwei verschiedene Homologen, die können dann getauscht werden, sodass man so blau-braun hat und das wird im Anfang und dann ist dann blaue Augen, blonde Haare, kommt dann als eine neue Kombination raus. Und das ist auch ein Grund, wenn wir überlegen, zum Beispiel, egal wie viele Geschwister man hat, unsere Geschwister sind alle unterschiedlich. Das Zerbrechen und Reparieren von DNA-Strängen führt also zu neuen genetischen Kombinationen. Dann kommen wir doch nochmal zurück zu diesen Doppelstrangbrüchen. Das würde ich jetzt wirklich gerne noch genauer verstehen, wie das reguliert wird. Es ist ja sicher so, zu viele Doppelstrangbrüche sind auch nicht gut, da kann ganz viel schief gehen. Wie kontrolliert die Zelle das? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eigentlich eine von unseren Hauptfragen in unserem Labor. Wie wird das kontrolliert? Und es ist wirklich so eine Balance zwischen genügend Doppelstrangbrüche. Also für jede Chromosom muss eine Chance haben, mit dem Homolog verknüpft zu werden. Und um das zu schaffen, muss genügend Doppelstrangbrüche gemacht werden. Aber klar, wenn zu viel wird gemacht, das ist auch ganz schädlich, weil jeder Bruch muss irgendwie repariert werden. Und nicht nur das, aber es gibt auch Teile von unseren Chromosomen, wo die Doppelstrangbrüche, wenn es wird gemacht, es ist sehr schwierig, das zu reparieren. Wo, wann und wie viele Brüche entstehen dürfen, das wird reguliert. Die Frage ist aber, wie die Zelle das überhaupt regulieren kann. Und kannst du dazu was sagen oder geht es zu sehr ins Detail? Nein, ich kann schon ein bisschen was sagen. Also zum Teil bestehen wir auch noch nicht, wie das funktioniert. Aber was wir sagen können, ist, dass diese Doppelstrangbrüche wird gemacht. Und das ist eine Proteinmaschine. Es entsteht von verschiedenen Proteinteilen. Und das macht dann die Brüche in unserem Genom. Und um das zu machen, es muss dann gebracht werden in die richtige Stelle innerhalb unserer Genom. Ist das dann so, dass jedes Protein sozusagen weiß, ich gehöre genau an diese Stelle in der DNA und an keine andere? Ja, also nicht jeder Teil. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das sind Teile von diesen Proteinmaschinen, die sitzen dann auf der DNA oder die sitzen auf Proteine, die selber auf der DNA sitzen. Man kann sich vorstellen, das ist wirklich so wie ein Turm zu bauen. Und auf dem Fundament von diesem Turm ist dann DNA. Also DNA in unserem Genom, das wird zusammengebundelt in Nukleosomen. Also das sind auch Proteine, die binden an DNA und die verbundeln das zusammen. Und jetzt hast du von dem Turm gesprochen. Also wir haben die DNA, die Nukleosome. Ja, genau. DNA-Nukleosomen. Und dann kommen wir zu den Proteinen. Also Nukleosomen, die sind in jeder Zelle. Auch in der Mitose. Das hat nichts spezifisch mit der Miose zu tun. Jetzt kommen wir zu diesen Miose-Proteinen. Und die binden sich mit den Nukleosomen. Und davon wird so durch mehrere verschiedene, unterschiedliche Proteinteile, wird dann so ein Turm entstehen, bis irgendwann kommt dann die Schere. Die Teil dieser Protein, das hat diese so Schere-Funktion. Das wird dann diesen Doppelstrahlenbruch machen. Und die Frage ist natürlich, warum hat man so viele Teile? Wir reden von insgesamt zehn oder mehr verschiedenen Teilen. Warum so viel? Aber wir denken, dass es hat mit dieser Kontrolle zu tun. Weil sonst, wie du es schon gesagt hast, wenn man einfach nur, okay, jetzt haben wir diese DNA-Schere, jetzt los. Es werden überall Brüche gemacht und das ohne Kontrolle. Und das wird ziemlich, das wird ziemlich katastrophal sein. Stattdessen hat man so diesen Turm von Proteinen, eins nach dem anderen. Und das wird auch dann durch andere Faktoren kontrolliert werden, okay, ob hier, erstmal, ob hier überhaupt erlaubt ist, einen DNA-Doppelstrahlenbruch zu machen. Also wenn das eine verbotene Region von einem Chromosom ist, dann kann dieser Turm überhaupt nicht entstehen. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Und zweitens ist, der Zell weist, natürlich weist es nicht mit dem Gehirn, aber der Zell kann spüren, wie viele Doppelstrahlenbrüche sind schon gemacht. Das heißt, wenn ein Doppelstrahlenbruch gemacht ist, dann kommt, das Zell reagiert auf diesen DNA-Doppelstrahlenbruch und wird dann die Proteine innerhalb der Zell, die werden dann ein bisschen geändert. Das kommt dann zu diesen Modifikationen auf Proteinen in der Zell. Und das trifft unseren Turm auch und unser Turm kriegt dann, okay, jetzt hat der Zell so viele Doppelstrahlenbrüche, wird unser Turm jetzt modifiziert. Das heißt, es kann nicht weiter gebaut werden. Das bleibt dann so als so ein halbwertiges Turm. Die genauen Mechanismen der Majose an Menschen zu erforschen, ist total kompliziert. Daher hat John einen Lieblingsorganismus. Und das ist der Backhefe. Backhefe, das ist dieselbe, mit der ich meine Brezeln mache. Ganz genau, ganz genau. Backhefe ist wirklich so ein ganz nützliches Organismus, nicht nur für Brezeln und Brot, aber sondern auch im Labor mit Zellteilung Versuchungen. Und der Backhefe, es macht beide Mitose und Miose. Es macht die Miose als eine Reaktion, wenn es nicht genügend da, nicht genügend Zucker ist, für das Backhefe zu essen. Dann wird es dann Miose machen. Und das heißt, als eine Reaktion auf Stress macht die Backhefe Miose, schafft neue genetische Kombinationen. Und dann hat eine oder ein paar von diesen entstehenden Keimzellen vielleicht eine Chance, weiter zu leben. Wenn man jetzt geht auf die Weinberge, die Trauben, die haben immer so eine schöne weiße Schicht. Und das ist Hefe, die leben wild, die leben frei. Und natürlich, die haben immer Herausforderungen von der Temperatur, von unserer Umwelt insgesamt. Und diese freilebende Hefe, die müssen immer neue genetische Kombinationen schaffen. Du forschst ja im Labor nicht nur an Hefe, sondern hast da auch noch andere Methoden. Magst du dazu noch was sagen? Genau, also das ist wirklich unsere Hauptmethode. Ich habe viel von Protein-Maschinen geredet. Und das ist eigentlich, was uns am meisten interessiert. Bisher wahrscheinlich viel, von was ich gesagt habe, ist ein bisschen kompliziert. Wir versuchen, das möglichst einfach zu machen. Und das heißt, wir versuchen dann diese Protein-Maschinen außerhalb der Zelle zu bauen. Und dann mal schauen, wie dieser Turm eigentlich entsteht. Was kontrolliert der Wachstum von diesem Turm? Und wie oder wann und unter welchen Bedingungen wird diese Schere aktiv werden? Und kannst du damit dann schon den kompletten Prozess der Myose nachbauen im Labor? Das ist einer von unseren Zielen. Ja, tatsächlich. Ich meine, das ist fast schon ein Traumexperiment, wirklich zu schauen, was braucht man, um diesen ganzen Prozess zu ermöglichen. Ich finde, wir brauchen diese Grundkenntnisse, wie diese Maschinen funktionieren, um diese vielleicht für andere, diesen Prozess besser zu machen. Das heißt, vielleicht bei Menschen, die Früchtbarkeitsprobleme haben, wenn das liegt bei der Myose, wenn wir das ganze Prozess verstehen, dann können wir besser verstehen, wie das dann schief gehen kann und was man machen könnte dagegen. Du bist ja eigentlich so ein bisschen den umgekehrten Weg gegangen. Du hast erst mal medizinische Wissenschaften studiert. Genau. Wann und wie hast du herausgefunden, dass du wirklich an den Grundlagen arbeiten möchtest? Ja, während meines Studiums, ich war immer mehr, ich wollte immer mehr Details wissen. Und ich glaube, für mich, das war dann der Grund, dass ich war immer mehr für, ich habe mich immer mehr für Biochemie interessiert und auch für Strukturbiologie. Um wirklich dann die Möglichkeit zu haben, zu schauen, wie funktionieren diese Maschinen genau. Ich kam aus so einer Arbeiterfamilie. Selbst als Kind, ich habe mich immer dann für, ja, eigentlich für einen Anfang für Astronomie interessiert, weil ich fand, ja, und dann auch für Wissenschaft im Allgemeinen. Aber dass ich Forscher sein wollte, das war, das war für mich, eigentlich hat es schon eine Weile gedauert, bis ich habe gedacht, okay, das könnte ich, das könnte ich auch schaffen. Und an was arbeitet John jetzt gerade in seinem Alltag? Da geht es um Cohesin, das Protein, das in der Mythose die homologen Chromosomen verknüpft. Was wir forschen gerade ist, was für eine Rolle spielt Cohesin in Miose? Und verbunden mit dieser Frage ist, wenn wir reden von unserem Proteinturm, wo ist eigentlich dieser Fundament? Und eine Möglichkeit ist, dass dieser Fundament von unserem Proteinturm sind diese Cohesin-Ringen. Und das heißt, was für einen Einfluss hat Cohesin auf Miose und vor allem auf die Doppelstrahmbrüche? Wie sind die miteinander verbunden? Es ist klar, man braucht das Cohesin nicht absolut unbedingt, um Doppelstrahmbrüche zu machen, aber um, dass die in den richtigen Platz landen und um, dass die in die richtigen Anzahl passieren, da spielt Cohesin eine klare Rolle. Und was ist diese Rolle? Und das ist eine von unseren aktuellen Forschungsfragen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir durch Johns Forschung neue Erkenntnisse im Bereich Kinderwunsch erlangen können. Weitere Informationen zu Johns Forschung findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir der Forschung am Max-Planck-Campus in Tübingen auf den Grund gehen. Auf den Grund gegangen, ein Podcast des Max-Planck-Campus Tübingen. Vielen Dank an Dr. John Weir für das Interview zu dieser Folge.